ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ich vermute, dass dies funktionieren könnte. Ich werde das Programm starten. Irgendwie ist es ein feindselig. Ach, dezent. Aber so im selben Moment festgestellt, ne? Ja, so ein bisschen. Hier, Klauda. Ich klo-klo-klo nicht hier, Klauda. Klauda, do si, omni, senyor. Ich denke, er schläft die Menschen aus deiner Quadrant für einige der Krennens Probleme. Nach allem, wenn Voyager nicht die Vaud-Ware gestorben hätte, hätten sie nie in einer Position mit den Iconianen geleistet. Aber es gibt keine Grunde, dass wir über die Vergangenheit verbreiten. Wir versuchen, was wir hier können, und dann lernen, dass wir das andere akzeptieren. Noy fünnet diese Fassion, um seine Menschen in seine Arbeit zu helfen. Vielleicht wird es alles verändern. Ähm... Danke für Ihre Ehrlichkeit. Es ist ein Freude, dich zu treffen. Zudem Kaptain Nog und Seven sprechen höchstens von dir. Äh... Was tun sie hier? Ich bin auf Kiana Prime mit Noy, als wir von den Vaud-Ware geteilt haben. Wir hatten nur Stunden, um die Temporal-Equipment zu fahren, und die Population aus der Zeitstrem. Seitdem, der Fokus meiner Arbeit hat, hat sich mehr Stable Data-Storage entwickelt. Wir können in anderen Zeitlinien sehen, aber wir brauchen eine Art, um die Daten durch die Temporal-Shift, damit wir die Informationen über die Inkursion und ihre Effekt. In dem Fall eines katastrophischen Schiffes, das Daten könnte als ein Map sein, um die Zeitlinie zu retten. Interessant. Es ist ein Freude, dich zu treffen. Both Kaptain Nog und Seven sprechen höchstens von dir. Noy scheint uns nicht sonderlich zu mögen. Ja. Warten wir da schon, oder? Das hatten wir schon. Ja. Ja, stimmt. Ähm. Ich bin mir nicht sicher, dass wir eine gemeinsame Basis finden werden. Noy funnelt diese Passion. Es ist ein Freude, dich zu treffen. Was? Ich bin sicher. Ähm. Entschuldigen Sie mich. Jedoch bin ich nicht sicher, jemals einem Vertreter ihrer Spezies begegnet zu sein. Mein Name ist Klauda, und ich bin ein Teutarian. Wir sind von einer Regie von der Delta Quadrant Voyager, nie zu besuchen. Also haben wir nicht viel Kontakt mit Spezies von der Alpha und Beta Quadranten bis jetzt. Tja. 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 Das Schmieden von Allianzen braucht seine Zeit. Denken Sie, dass Sie sie zusammenbringen können? Die Glückbotschafter. Mit Repräsentant Talexianer sprechen. Wir haben immer versucht, gute Nachbarn zu sein und andere Reisen mit Respekt zu sein. Aber das ist wirklich zu viel. Die Melons benutzen unser System als Dump. Und ihre Trash ist nicht unser Problem. Also diese Synchronstimme wird aber auch echt extrem durchgenudelt in STO, ne? Ja. Das ist die ehemals von Tutorial. Das ist eine von den Ikonianern eine. Jetzt ist es ein Talaxianer. Ja. Sie haben das Recht besorgt zu sein. Jedoch bitte beruhigen Sie sich. Ja, vielleicht haben Sie recht. Ich werde auch sehr wütend. Wir haben immer versucht, gute Nachbarn zu sein und andere Reisen mit Respekt zu sein. Aber das ist wirklich zu viel. Die Melons benutzen unser System als Dump. Und ihre Trash ist nicht alles möglich. Denken Sie, dass das wahr ist? Die Melons sind nicht die größte Gefahr für ihr Volk. Ja gut, reden Sie weiter mit den Melons. Vielleicht finden Sie ja einen Kompromiss. Mit Melon-Repräsentant sprechen. Die Talaxianer machen sich Sorgen über den Abfall an ihren Grenzen. Es gibt andere Möglichkeiten. Aber wir sind nicht interessiert. Was denken Sie über die Hierarchie? Ich will nicht über die Hierarchie sprechen. Sie sind nichts, aber Trouble. Das ist Teil der Grund, warum wir neue Dumpengründe suchen. Ich habe zu viele Schiffe in den letzten Jahren verloren. Hälfte eine Generation von wertvollen und verdächtigen Haulern. Sie sind einfach weg. Und ich weiß, die Hierarchie ist zu schädigen. Ich verstehe. Vielleicht gibt es einen anderen Ort, an dem Sie Ihren Müll deponieren können. Und an dem er niemandem schadet. Wir brauchen nicht Outsider, die uns erzählen, was zu tun. Wenn die Talaxianer sprechen wollen, können sie uns direkt zu kommen. Lassen Sie mich überlegen, ob es vielleicht einen anderen Weg gibt, Sie für diese Konversation zu gewinnen. Noch jemand da kommt wieder. Hier ist eine Konsole. Obwohl jetzt das Computer zugreifen. Die Malon haben Versuche, die Abfallbehebung weniger risikorecht zu gestalten, wiederholt abgelehnt und deponieren ihren Giftmüll weiterhin im gesamten Quadranten. Diejenigen, die an den meisten gefährdet sind, sind die Talaxianer, die eine neue Kolonie in einer Region, in der die Malon ihren Müll verkippen, gegründet haben. Fortfahren. Die diplomatischen Beziehungen zwischen den Malon und den Talaxianern haben sich rasant verschlechtert. Die Malon bezichtigen die Talaxianer, mit der Hierarchie zusammenzuarbeiten. Die Talaxianer weisen diese Anschuldigung vehement zurück. Analyse. Die Bentaner könnten theoretisch Druck auf die Malon ausüben, um sie zurück zum Verhandlungstisch zu zwingen. Verlassen. Mit Repräsentanten der Bentaner sprechen. Ja, was ist deine Frage? Ich bin eher beschäftigt. Die Hazari sind auf ihre Schraubende-Operationen. Und die Hierarchie neue Reaktion für Profit hat eine große Angründung in Attacken auf unabhängigte Transporte. Wären die Bentaner bereit, den Talaxianern bei den Verhandlungen mit dem Malon zu helfen? Wir haben genug zu tun mit dem Moment, ohne zu einer Diskussion, die uns nicht beschäftigt. Die Hierarchie ist auf unsere Angründungstelle und ich bin überzeugt, dass sie hinter den Laufungen, die wir in den letzten drei Monaten genommen haben. Wir haben die Patronen aufzunehmen, das bedeutet, dass wir Hubschrauben verlassen, die Hazari durchlaufen können. Die Malon sind eine Schraubende, die wir nicht brauchen. Ich habe herausgefunden, dass die Kooperation mit Verbündeten Mais positive Ergebnisse fördert. Einen interessanten Dialekt hat der Mann. Was denken Sie über die jüngsten Aktionen der Hierarchie? Es tut mir leid, sie zu stören. Ich werde mit den Hazari sprechen. Good luck with that. The Hazari aren't interested in anything but making deals. This whole meeting is just a waste of time. Unity might work where you come from, but I don't have any reason to cooperate with criminals like the Hazari or thugs like the Hierarchie. Nun, vielleicht kann ich sie ja überzeugen. Er hatte wirklich seinen interessanten Dialekt. Ja. Mit Hazari, Repräsentant sprechen. Was willst du? Die Benthans haben dich einen ihrer kleinen Deputaten gemacht, oder war es der Malon? Bevor alle mit der Hierarchie verbraten, haben sie uns gesagt, was die Leute über uns sagen. Wären sie bereit, sich aus dem Raum der Benthans zurückzuziehen? Nein. Wir müssen ein Leben machen, gleich wie die anderen. Wenn die Benthans die Hierarchie auf unseren Bordern ausführen, würden wir nicht geholfen, um in Benthans Raum zu gehen. Für mich klingt das, als sollten sie mit den Benthanern zusammenarbeiten, anstatt gegen sie zu arbeiten. Was denken Sie über die Hierarchie? Sie machen unsere Jobs schwieriger und einfacher. Sie sehen alle. Wir haben alle. Wir haben immer noch eine Information von ihnen gekauft, aber jetzt werden sie nicht verkauft. Wenn wir einen von ihren Bordern ausführen können, dann ist es wie eine Träger-Horde von Informationen. Das macht die Bordern ausführen, sehr einfach. Aber es ist schwer, dass sie ihre Bordern ausführen. Ich höre, dass sie ein Bordern ausführen. Und es ist nicht nur ihre Bordern ausführen. Das erscheint mir untypisch für die Hierarchie. Wenn sie wirklich so denken, dann sind wir hier wohl fertig. Tut mir leid, aber ich habe keine Geschäfte mit Söldnern. Sie sind der richtige Mann für diesen Auftrag, Botschafter. Das ist jetzt zu viel, ne? Ja. Die Zahl der Planeten, die die Hierarchie unbefohlen erobert hat, ist in den letzten sechs Monaten um 20% gestiegen. Der Drang nach höheren Profiten hat zu einer stetigen Ausweitung des Territoriums der Hierarchie geführt. Die Anzahl an Entführungsberichten im Grenzgebiet zum Raum der Hierarchie hat um 77,2% zugenommen. Allerdings konnten die Zahlen nicht von unabhängigen Quellen bestätigt werden, da nur wenige Spezies des Delta-Quadranten bereit sind, Informationen mit der Vertration zu teilen. Wir benötigen weitere Untersuchungen. Okay. Schiffslogbuch. Logbuch des Admirals, Sternzeit 87234,5. Reitkräfte der Hierarchie sind in das Territorium unserer Verbündeten im Kiana-System eingefallen. Die Kiana-Kolonie ist eine kleine Bauerngesellschaft ohne jeglichen strategischen Wert. Daher macht dieser Angriff einfach keinen Sinn. Laut eines Überlebenden, den wir finden konnten, arbeitet die Hierarchie mit den Elachi zusammen. Diejenigen, die bei dem Angriff gefangen genommen wurden, wurden von den Elachi zu einem unbekannten Ort gebracht. Nach ikonianischen Aktivitäten-Scannen Die Langstrecken-Zensionen haben Signaturen von Herolden und Ikonianern erfasst. Obwohl sie sich scheinbar nicht im aktiven Konflikt mit den alliierten Streitkräften befinden, sind mehr Schiffe als üblich zu sehen. Sowohl Signale der Herolde als auch der Ikonianer sind im Hierarchie-Raum. Scheinbar nutzen die Herolde das Gebiet als Zwischenspot für koordinierte Angriffe auf bedeutende Ziele im ganzen Delta-Quadranten. Die Gegenprobe mit den Logbüchern der Voyager zeigt eine ähnliche Situation im Alpha- und Beta-Quadranten. Die Daten herunterladen. Das Programm beenden. Ja, das war ich auch noch nicht so ganz optimal. Nee, nicht wirklich. Dann sagen wir ihm das mal. Ich glaube, er würde nicht begeistert sein. Nope. Nee, nee, der nicht. Mit Forscher-Louis sprechen. Aber vielleicht auch nicht. Ja, das wird nicht funktionieren. Du musst mich entschuldigen, dass mein husband's harschen Begegnung ist. Das war ein sehr versuchtes Zeit für die Krenim. Danke, dass wir uns so weit zu kommen. Wir werden weiter arbeiten. Danke, Clodagh. Danke, ich werde mit dem Gamma-Team sprechen. Danke, ich werde mit dem Gamma-Team sprechen. Die Mission dauert auch wirklich länger, als ich gedacht hätte. Mitleiter des Teams Gamma sprechen. Ja, ich werde mit dem Gamma-Team gehen. Hallo, wir haben dich erwartet. Unsere Team ist auf die Taktik zu verlassen. Was, wenn Iconia nie wurde nie herausgekommen? In 2365, Captain Donald Varley of the USS Yamato found a star chart on Denias III that revealed the location of Iconia. I want to redirect a meteor to impact the archaeological site on Denias III before Captain Varley begins his excavations. Iconia will remain a myth, and we will not attract the Iconians attention as early as we did. True, but if you compare the changes in Iconian technology over the past 200.000 years with what the rest of us have done in the past two centuries, it's obvious that the Iconian culture has stagnated while we have advanced rapidly. Additionally, there are other factors in play that could trigger the alliances and sharing of technology that have come about because of the Iconian threat. It's a risk, but it's one that could pay off. I understand why they first try that on a holodeck. The program is set for Romulan space. Because the Hobus supernova was caused by direct Iconian interference, we expect Romulus to be intact in this new reality. As such, the Romulan Star Empire should once again be a major power in the quadrant. Your role will be as an officer on a Romulan warbird. Will they create the Romulan's Stern Imperium again? Yes, to call it a huge change would be an understatement. Please be aware that nothing will be done unless the Republic agrees, this is the best possible solution. There is already a team here working on the possible restoration of Romulus, and Commander Jurak has been authorized to speak for the Republic if needed. The fact that our data shows delaying the Iconian arrival will also save Romulus is an interesting coincidence. But it does not mean we will accept the solution without looking at other options. I understand. The program is set for Romulan space. I'm going to start the program. So. Oh raz, got mal, go ahead. Oh, Peggyz address it here. Oh yes. With everyone craving it I think the周囂의 여기 there is around it. Ah yes. It's always been a place. All those of you remember today that the Aramans will stand as well. And there tengas for 12 months between or two minutes, as a wave. Mit Kommander Temer sprechen. Verstanden, Kommander. Und Abhörgerät deaktivieren. So, jetzt Kommander. Vielen Dank, Kommanderer. Die Taos-Shiar können uns nicht hören. Ich muss Ihnen über Datan und die Separatisten sprechen. Sie sind nahe dem Deewa-System. Was wir dann machen, könnte unser Zukunft ändern. Wenn ich es so wäre, hätte ich nicht, dass Sie die Tür locken. Wenn wir das tun, dann werden wir als Verräter des Imperiums gebranntmarkt. Ich weiß, ich habe versucht, in dem System zu arbeiten, aber das System ist gebrochen und korrupt. Datan und seine Leute haben etwas besser gebaut. Sie und ich kennen es beide. Die Crew kennt es. Wir nehmen diesen Krieg in Datan. Und wir werden endlich frei sein. Wir müssen das tun, was am besten für unser Volk ist. Dann schließen wir mal wieder auf. Ah, hier. Mit Lieutenant Celan sprechen. Sie, ich muss Sie bitten, dem Sicherheits-Team zur Arrestzelle zu folgen. Sie stehen unter Arrestz. Bitte fügen Sie sich und Sie werden nicht verletzt. Meine Freunde, es ist es Zeit, dass wir unsere eigene Besten haben. Eine Besten, frei von der Tyranie der Tal Shiar. Wenn wir nachdenken, wir haben einen besseren, schönen Zukunft, als was sie uns ermöglicht haben. Ich weiß, dass dies ein Schritt in das Unbekannte, aber es ist ein Schritt, das wir zusammenfassen werden. Geben Sie Ihren, wir werden unsere Brüder und Brüder in Freiheit. Ich wollte Ihnen wissen, dass ich mit Ihnen und dem Commander Tamer bin. Einige von meiner Familie hat Romulus verlassen, um Datan zu sein. Ich werde sie stolz sein, um sie zu sein. Setzen Sie einen Kurs auf das DEVA-System. So, auf die Serks Computer zugreifen. Durchsage. Das Seminar Verräter in unserer Mitte. Die historischen Exkursionen von Verrätern im Sternenimperium wurden auf 21 Uhr verschoben. Teilnahme ist obligatorisch für alle Offiziere, die nicht im Dienst sind. Statusbericht ist war dran. Nachricht an alle Schiffskommander. Sternenflotten-Schiffe haben Neuromulaner nahe der neutralen Zone unterstützt. Imperiale Schiffe werden als Machtdemonstration in das Gebiet beordert. Sind Neuromulaner jetzt... Ist das eine Untergruppe? Ja, diese Separatisten. Jede Schiff, das Separatisten unterstützt oder aufnimmt, wird beschossen. Keine Ausnahmen. Schiffe der Gamma-Gruppe werden zum Patrouillendienst in dem Bereich, der von dem Borg bedroht wird, entsandt. Feindkontakte sind unausweichlich. Doch Wachsamkeit ist der Schlüssel zur Beseitigung der Bedrohung und dem Schutz unserer Koloniewelden. Persönliches Logbuch des Commanders Persönliches Logbuch des Commanders Zweifaches Verschlüsselungsprotokoll CETA 6 Gaius wird argwöhnisch Ich habe mit einigen Führungsoffizieren gesprochen. Die meisten sind dafür, dass wir uns zu der Flottilie der... äh, Flottil absetzen und uns zu Detan... Was? Und uns Detan anschließen. Oh, lesen, ey. Ich habe hier doch weiterhin Bedenken. Aber tun sie das Richtige, doch ein Angriff der Borg scheint bevorzustehen. In einer solchen Situation wird jedes Schiff dringend für die Verteidigung von Romulus benötigt. Doch andererseits, was gibt es dort noch zu beschützen? Nach ikonianischen Aktivitäten scannen. Die Langstrecken-Sensoren registrieren keine Signaturen von Herolden oder Ikonianern und in der Datenbank des Schiffes gibt es keine Hinweise auf Herolde. Die Konianer werden ausschließlich in historischen Dateien erwähnt und dort zumeist als Mythos klassifiziert. Wir stellen erhöhte Borg-Aktivität im ganzen Beta-Grid-Raten fest und viele Koloniewelten wurden bereits assimiliert. Die Flotte der Romulaner sind auch höchste Alarmstufe, ich würde sagen, das heißt auf. Ähm, höchste Alarmstufe. Konnten aber keine größeren Erfolge gegen das Koloniewelte verzeichnen. Hm, Daten herunterladen. Programm beenden. So, ich würde sagen, hier sind es bei 30. Ich glaube, so geht das gar nicht mehr. Doch, jetzt kommt noch dieser Flug und das Schiff. Ach ja, genau. Das Ändern der Welt von Romulus und das. Genau, genau, stimmt. Hast recht. Okay, gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut und schwingt einen Hut. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Hummel, hummel, morse, morse, kommentieren und abonnieren. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und schwingt einen Hut.